Herzlich Willkommen zurück zu The Walking Dead. Wir müssen uns jetzt entscheiden, ob wir erst die gute oder die schlechte Nachricht fahren wollen. Ich würde sagen, erst die gute. Ich glaube, wir können alle ein paar gute Nachrichten nutzen. Die gute Nachricht ist, das Boot ist sehwertig genug. In ziemlich gutem Form, meistens. Das ist die schlechte Nachricht. Der Gas-Tank ist leer und ihre Batterie ist tot. Wir müssen beide beitragen, bevor sie uns in den Platz genommen hat. Wie müssen wir das Ding bekommen? Wir müssen in den Straßen, wir sollten bleiben, wo wir sind. Was ist mit Crawford? Was ist mit dem Platz, wir sprechen hier? Das Schlimmste? Aber ich weiß nicht, was andere選ungen wir haben. Und wie genau wir das tun? Weil, aus dem Weg ich gehört, das Ort ist nicht ganz freundlich für Outsiders. Das ist ein Schmerz. Wir sind armiert und haben die Zahlen. Ich sage, wir gehen da und nehmen was wir brauchen. Okay, das ist literally die dummste Idee, die ich nie gehört habe. Ich sage nicht, wir sollen reinstehen und alle wegballern, sondern vielleicht heimlich. Das kann sein. Ich habe das gedacht, ich habe das vorher schon gedacht, aber ich hatte die Leute zu tun. Aber ich denke, wenn wir alle zusammenarbeiten, wir können es wegziehen. Und was wollen wir für alle diese Hilfe, die du uns gebt hast? Crawford hat nicht nur das, was du brauchst für dein Boot. Sie sind auch gut mit Medikations, 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 die meine Leute nutzen können, wie du sie können. Wir können das tun. Wir müssen das tun. Also, es hat sich entschieden, dann gehen wir zu Crawford? Wie wissen wir überhaupt nicht, wo sie sie verwendet haben? Ich habe sie gesehen, von einer der Bälle-Tower, einfach außerhalb des Perimetern. Ich habe sie gesehen, dass sie alle verschiedene Sachen in der alten Bibliothek-Katholik aus der Stadt. Ich denke, sie benutzen sie als eine Art von Supply-Depot. Es gibt eine gute Chance, wir finden was wir brauchen da. Ich weiß nicht mehr über dich, Junge, aber ich würde lieber eine Chance machen machen, und dann nur noch mal auf die Seite stehen, warte um zu sterben. Das Boot da ist ein Wunschung. Ich muss nur noch ein bisschen weiter. Du bist in oder aus? Wir müssen heute Abend gehen, unter der Schmerz. Ich werde die Leute wissen, ich werde euch alle bereitstellen. Ich werde zurück nach der Nacht. Ich werde zurück nach der Nacht. Warte, bitte. Das ist wie ich noch nicht. Ja, es wird gefährlich. Nein, mach dir keine Sorgen. Ich denke, ich sollte bereit sein. Oh, sag was jetzt? Du sagst, du brauchst uns alle, um das zu tun. Und du sagst, ich bin eine große Hilfe, weißt du? Molly sagte, Crawford ist das einzige Ort in Savannah, der noch Menschen hat. Das bedeutet, dass es dort meine Mutter und Vater sind, oder? Scheiße. Clementine, ich denke, es wäre sicherer, dass du hier mit O. Reed bleiben. Aber was, wenn etwas zu ihm passiert, während du weg bist? Was meinst du? Er ist verrückt. Wenn er nicht besser wird und, du weißt, er könnte mich versuchen, zu verhören. Stimmt. Kann ich nicht mit dir kommen? Muss denn O. Reed alleine sein, oder was? Boah, dann müsste O. Reed alleine sein. Oder wir können einen anderen überreden, dass er hier bleibt. Ja, aber... Ja, es wäre vielleicht sicherer, wenn sie mitkommt. Aber was ist da mit O. Reed? Okay, du kannst kommen. Aber du musst dir sagen, dass du ruhig bleiben musst. Und du machst genau was du dir gesagt hast, die ganze Zeit, dass wir da sind. Okay, ich werde bereit sein. Was ist mit O. Reed? Was hast du nicht in der Garage? Was hast du? Höre, was ich gefunden hat? Was hast du gesehen? Was habt, was ich gefunden? Was habt mal in der Garage? Schön. Kann ich mit dir sprechen? Was ist das? Ich habe einen anderen Blick auf das Boot. Sie ist eine 30-Footer. Also? Also, wir haben ein Problem. Das Boot dieser Größe ist nicht mehr als 5 Menschen. Selbst mit einem von ihnen ein Kind. Ich, du, Claire, Krista, Only, Ben, Mollick? Entschuldigung, dass alle wieder zurückkommen sind, das ist noch eine zu viele. Selbst wenn wir Molli entfernen. Bis zum Schluss, wir müssen eine Entscheidung machen. Du bist nicht ernsthaft? Schau, ich sage nur, wenn wir die beste Chance haben, ... ... Wer ist das? Das ist Brie, sie können uns helfen. Wie? Wie? Ich war eine Studie in der Schule, ... 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 Ich kann sie nicht mit Omi alleine lassen. Sie kann helfen. Mir scheißegal, was der alte Knacker zu sagen hat, ey. Okay, dann bin ich mal gespannt, wie wir das jetzt regeln werden. Das sollte es sein, aber wir sind gleich unter dem Zentrum von Crawford. Der alte Kunde sollte direkt über uns sein. Okay, Leute, das ist es. Remember den Plan. Wir gehen schwer. Wir haben ihn mit Überraschung. Grabben was wir brauchen und rauskommen. Wir müssen das schnell machen. Also, alle bleiben schärf, bleiben alert und bleiben nahe zusammen. Entschuldigung? Und das Teil über bleiben nahe, das geht für dich. Boah, die Molly, die schaut irgendwie aus wie so eine Assassine, ne? Wo sind denn die Wachen? Wie geil geht? Ach, da sind 100 Leute, die da auf das aufpassen. Wo sind alle? Es sollte sich die Gäste betrachten. Was? Du bist verabschiedet? Es ist einfach so strange, das alles. Ich sehe einen. Da da, bei der Tür. Okay. Ich und Kenny werden diesen Mann rausnehmen. Auf meinem Signal, die resten von uns folgen. Everybody gott? Okay, Kenny, wir machen das, quiet. Keine Fertig, wenn es keine andere Wahl gibt. Right behind you. Okay. Äh. Knie dich vielleicht hin, wäre es vielleicht besser. Don't fucking move. I ain't gonna tell you again. Hä, was ist denn das für einer? Scheißen, Walker. Oh fuck. Das waren drei Schüsse zu viel, alter. Warum sind hier überall Walker? Scheiße. Was ist denn hier passiert? Ich glaube nicht. Mit Sicherheit. Keine Ahnung. Was ist denn gut? Er hat recht. Vernon's right. We can deal with Walkers easier than our guards. I agree. So long as we don't let them box us in, we can still do this. The plan hasn't changed. The plan hasn't changed? Every time Walkers show up, the plan changes. Do you even have any idea, how many of them are out there? No. You want to do your head count? Or do you want to get what we need and get the hell out of here? Come on. I think I know which way to head. Das hoffe ich. I got a bad feeling about this. Just keep moving. Wo ist Clementine? Hier. Da ist sie, okay. Alles gut. Okay. Everybody in. Figures. Looks like they were using this room as some kind of command center. Okay, so now what? Where do we start looking? Here. Just give me a sec. Benzin, Medikamente, Batterie. Any idea where we could find a battery? Maybe at the auto shop. There used to be one in the alley outside the fire escape. Yep, it's called Hermann's. You can't miss it. Benzin? Where can we find some fuel for the boat? There's a maintenance shed across from the playground here. If they were storing fuel, that's probably where it'll be. What about the medicine? Right here. Nurse's station. They were using it as a medical facility. How do you know that? Just makes sense, doesn't it? Okay, I'll make the run to the maintenance shed for the fuel. It'll be faster if I go with you. I can take you right to it. I'll come to it. No, two people is enough. You stay here, see if you can use any of those tools we brought to get that armory door open. They might need to shoot our way out of here. I'll go for the medicine. I'll come with you. I know what to take. Okay. Guess that leaves me to go find us a battery. I'll go with you. Watch your back. Okay, we've got a plan. Everyone be careful. Stay close to one another. We'll all meet back here. Good luck. What about me? What can I do? I need you to stay here with Vin and watch over our command center. I'm putting you in charge of it, okay? You're leaving me with Ben? I'm not leaving you with Ben. I'm leaving him with you. Understand? Stimmt. Oh, okay. Back before you know it. Good. Good. Und wie wir das hier alles, äh, das wir uns angucken werden und wie wir die Batterie beschaffen und die Medikamente und das Benzin, das erfahren wir in der nächsten Folge. Hoffe ich, äh, ich hoffe mal sehr, dass wir das schaffen werden. Und das alles, äh, werden wir nach morgen erfahren. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.